Hallöchen liebe Freunde, willkommen hier zurück zu Angry Birds Epic, wieder da und zwar Schauen wir erstmal, was ich so bekommen hatte, die letzten Glückswürfe von dem Schweinchen Einmal ein anhänglicher Bogen, zwei Sternen, das hat sogar meinen Schwindler bekommen gehabt, der hier, müsste das gewesen sein Dann eine trennernde Harfe mit drei Sternchen, das hatte, ich weiß gar nicht, ob das besser war als sie, ich glaube schon Hatte denselben Effekt gehabt, ein bisschen mehr Angriff Und eine dünne Lanze, zwei Sternchen, war sogar für meinen Paladin gut gewesen, für meinen roten Birdie Und hat die ein bisschen ATK verbessert, also alles von allen, gute Sternchen, äh, gute, gute Verbesserungen für meine Waffen Und ja, hier habe ich letztes Mal, ich habe vorhin auf dem, auf dem Tablet, oh, guck mal hier, guck mal sogar, na Einmal ganz kurz abgreifen, stimmt, ich habe ja ganz vergessen, diese komischen Dinger hier Aber die laden sich auch recht, recht langsam auf, war, kann das sein Hier ist ein Baumstamm noch, den hat man noch gleich glitzern gesehen Mega krass, langsam laden die sich auf, aber gut, so angewiesen bin ich jetzt da drauf nicht unbedingt Hier brauchen wir noch einen roten Schwein, haben wir den nicht schon? Haben wir nicht den roten Schwein in den Torschlüssel? Den legendären roten Schwein in den Torschlüssel, achso, das war gelb hier gewesen Gelb und blau haben wir jetzt, dann Machen wir weiter hier, und zwar hatte ich letztes Mal noch gesehen, hier war, hier war ja eine Kiste gewesen und ein Bösschen Ähm, weil, hier waren ja nur früher zwei Leute gewesen, weil wir entführt wurden Und da habe ich das dann ausgelassen, habe ich dann wieder vergessen, auf dem Tablet habe ich aber vorhin gesehen Mh, cool, da ist ja noch was Warum machst du das nicht? Und das können wir jetzt einmal machen, schauen wir mal, ignoriert Schaden, wa? Und da sieben sie, achso, super Led Wuchili um 100%, okay Was? Okay Ähm, ja Oh, siehst du, glaube ich, das war, glaube ich, nicht der gleiche Effekt gewesen Aber ich glaube, mit ein paar Lägen hält das aus Seinem Angriff Wobei, das ist eigentlich schon egal Wir haben schon gewonnen Ah, haben wir da noch nicht ganz ganz Wenn wir noch eine Runde haben, dann haben wir gewonnen Ah, okay Er hat also ihn an, das heißt, wir können ihn mal ganz gut schilden Von 50% weniger Schaden, er hat ja Er bräuchte also 1000 Schaden Ich habe ihn immer heilen, netterweise Und PAM 290 Schaden, also so viel ist es jetzt nicht unbedingt Ähm Ist okay, aber es ist nicht viel Wäre ich nur zu zweit gewesen, wäre es natürlich ein kleines Problemchen gewesen Aber gut Wir sind jetzt zu dritt mit unserer ultra Ultra starken Gruppe Und haben ihn getötet So sollten wir noch relativ viele Punkte bekommen haben 29.000 durch unser Leben Und ja Also wirklich, manchen, habe ich auch wieder besiegt gehabt Ähm, sogar einmal mit, mit drei Sternchen Also heute sogar Oh, schade, die Kiste nicht bekommen Ähm Ja, und jedes Mal, wenn wir die Ich habe die sieben Tage geschafft Und jedes Mal, wenn wir die sieben Tage abschließen Kriegen wir auf unserer Übersicht hier unten rechts dann Ähm, wenn wir darauf klicken, würden wir so eine Stempelkarte Wo wir fertig haben Wir haben bisher eins Ich glaube, da wird auch mal so angezeigt Eins, zwei, drei, vier und so weiter Derzeit sind wir noch bei dem zweiten Oh, Seebären sagt um 50 Schnäuzlinge Ähm, ja, und ich würde sagen Wir machen hier irgendwo weiter Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir hier waren Gewesen Ach ja, beim Eisland Äh, kaltes Gebiet Na gut, dann werde ich meine Vögel jetzt ins kalte Gebiet schleudern Und sie fighten lassen Was haben wir denn da? Achso, immer noch das Erz Äh, alte für diesen Kampf Blablabla Leben und so braucht man nicht Noch nicht Das sollen nur ganz normale Gegner sein Wenn wir nicht stark genug sind Müssen wir leider trainieren Ähm, aber ich hoffe mal Dass wir das hinkriegen Da die Feinde zu besiegen Oh, direkt schon Dicker, fetter, Eisfrostiger Okay, ein winziges Schneemännchen Und was haben wir hier? Ein Trümmerschlag Ah, das ist natürlich heftig Er hält zusätzliche Wutkraft Äh, Angstkraft, wenn sich die Wutgeleer auffüllt Dann würde ich sagen Müssen wir die mal auslösen Äh, dann, ja Leer machen Dann, wenn sie voll sein sollte Und er lädt natürlich auf Er hätte das gedacht Ich jedenfalls nicht Oh, sie gäst sogar toll Äh, das ist richtig krass die Waffe Was hat sie denn? Achso, steht jetzt gar nicht drauf Steht auf der Nebenhandwaffe nur drauf Ich glaube 20% oder 5% 5 oder 20% Chance den Gegner Ähm Zu Betäuben Schon relativ Ah, jetzt hätte ich die Wutgeleer einsetzen können Ich trautel Jetzt kriegt ihr 100% Angstkraft dazu Aber ist eigentlich gar kein Ding Schwach ist das so So oder so Und tot Hm, arme Sau Trotzdem ist er kein Gegner gewesen Könnt ihr eigentlich theoretisch fahren Bei den Typen Das ist relativ einfach Und bringt viel Zeug Also, ist nicht übel Und drei Erze bringt die auch noch Mit Glück Oh, die Eistropfen Oh mein Gott, wie geil Die, wie heißen die? Kristallwasser Ein fortgestattetes Alchemie-Zutat Eine fortgestattete Alchemie-Zutat Brauchen wir 5 Wassertropfen dafür Weiß nicht, Wassertropfen Weiß ich gerade gar nicht Jetzt können wir das jetzt auch herstellen Jetzt können wir also diesen Schneesaft herstellen Den wir uns kaufen könnten Als Rezept, glaube ich Muss ich mal ganz kurz drucken gehen Oh, jetzt ist er böse Jetzt ist er echt böse Aha, und was möchtest du jetzt von mir? Ich glaube Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung, was davon will Der hat jetzt zwei so einen hässlichen Kackbratzen hier rumgeschleudert Und was haben wir die haben sollten Ich gehe erstmal unten lang Denn hier brauche ich die Rezepte Und da unten haben wir ein kleines Äh, Ilu Ilu Oh, geil, was ist das denn bitte schön Eine Frost Chili Eine fortgestattete Alchemie-Zutat Krasse Sache Sieht mega episch aus Schauen wir mal, ob wir die kriegen Haben wir ja gerade nicht bekommen Die drei Erze Traurigerweise Aber cool, hier können wir also Erze fahren Oh, die sehen die süß aus Ich höre die total süß mit der Kappe Verursacht rein, sich also relativ schwach Relativ schwach Cool Also die sind jetzt überhaupt gar nicht stark Würde ich sagen Das bisschen Leben, was sie hier haben Ist ja mickrig 252 kritisch Die machen 60 Schaden Also bitte, ey Ist ja Wahnsinn Sollen wir mal ganz kurz töten Wahrscheinlich noch mal gekritzt, war Ne, doch nicht Was ist das süß Die 60 Ach so drei Wellen sogar Okay Coole Sache Krasse drei Wellen So Zack Und zack Und tot Das ist wieder full life Kommt mal jetzt 10.000 Punkte gibt hier einer Ist der Wahnsinn Ah ne, ich glaube War die ganze Wafer gewesen Ich glaube dafür sollte ich jetzt ernsthaft Die Aoe-Effekt-Leute wieder mitnehmen Äh, die Overtime-Effekt-Leute Denn auf Masse machen die wirklich schaden Muss ich sagen Aber wir können uns ja auch schilden theoretisch Dann machen wir noch 30 Wo ist meine Maus da ist Meine Maus Machen die ja noch 30 Schaden Dann können wir nächste Runde Na 39 Schaden ist ja süß Oh 60 Oh die haben mich jetzt zaubert Oh Gott, oh Gott Okay Aua Ähm, ja, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass sie eine Zauberung dabei haben Sollen wir mal die nächsten ganz kurz töten Nicht, dass sie uns noch mehr Schaden machen Ja, die haben natürlich 50% die Chance uns den Schild wegzunehmen Das ist natürlich echt bitter Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht Ähm, schlag zu 5% sofort alle hilfreichen Effekte zu entfernen Sind die größer? Die sehen so ein bisschen größer aus, wa? Oder ist einfach nur die Ne, die sind wirklich größer Das ist ein winziges Schweinchen So, dann machen wir gleich mal hier den hier mit Kann man den gleich mal töten Macht ja sogar mehr Schaden wahrscheinlich, wa? Dann 63 auf 63, nö, okay Schau an Die haben jetzt gar keinen Fokus mehr Jetzt könnt ihr natürlich für meinen Birdie wieder angreifen Mit dem Paladin Ich habe drei Runden mal nicht angegriffen mit meiner Hexe Mit meiner Magierin Nicht Hexe Hexe klingt so abwertend Bam Kettenangriff Und bam Und jetzt kommen die Wuchi die Einsetzung Wir haben angegriffen werden Sollten wir auch benutzen Ähm Bam Okay, werden wir ja auch noch töten Ähm Obwohl die Wuchi ist ja nicht notwendig Machen wir nächste Runde dann vielleicht Wenn wir sie brauchen So, Heilung Und dann Pam, pam Mehr Damage 100 viel Leben ist so viel bei ihm Bei meinem Paladin kaum was Krass Ich hätte gerne auf jeden Fall mehr Bessere Klassen Oh, nochmal Für fünf Leute Was haben wir hier für einen? Ein Magier war 98 Schaden Halt 25% Leben bei Altschwein Für jeden besiegten Geendetze Okay, also nicht unbedingt sehr stark Relativ schwach sogar, muss ich sagen Ja, leider kann man hier irgendwie nicht vorspulen Wenn die Oder kann man hier vorspulen Ich weiß jetzt gar nicht, was der Playbutton bedeutet Irgendwie habe ich jetzt Angst draufzudrücken Nicht, dass ich hier gleich Ähm Meinen Fortschritt verliere So, ich würde sagen Der kriegt ja seinen Schaden ab Warum hat der Schaden gekommen? Ach ja, wegen dem Kettenangriff Nächste Runde können wir auf jeden Fall Die Olle benutzen Er kriegt ziemlich viel Schaden Sehr, sehr, sehr viel Schaden 35% Leben heilen Ja, ein Seebeernsaft Einen Tranken Beispiel auch Und ich glaube, der kritisch hat sogar Ein bisschen den Arsch gerettet Ich weiß nicht, ob der gestorben wäre Oh, okay, der heilt nur Finde ich gut Da brauchen wir keinen Tranken Nur die Tränke sind Arsch teuer Also ich versuche mal hier Weitestgehend Ach so, ja stimmt Da kriegt der mehr Schaden Je mehr Na Das dann 25% Das kannst du mal Das kannst du sowas von vergessen Aber wahrscheinlich von seinem Leben Das ist aber auch keine kluge Idee gewesen So viel jemand jetzt auch nicht unbedingt Okay, er kriegt Er kriegt Leben gleich wieder Das ist jetzt eigentlich doof, den anzugreifen Weil er stirbt ja so oder so nicht Na doch, jetzt schon Pam Pam Das heißt aber ziemlich viel, was da ist der Wahnsinn Ja, genau, gönn dir noch ein Leben Gönnt sich ja sonst nix So, aber auf jeden Fall leben wieder zurück Wenn wir das Leben Punkten ausgezahlt bekommen Willst du mich verarschen, wirklich? Jetzt heilt er sich selber um 25% Naja, die 300 Leben, die er wieder kriegt Das ja auch nicht viel Komm, wer von meinen Roten an Aber ich finde es cool Das ist mal wieder das Neue Das sind keine Geister, die ihm nicht auf den Sack gehen Das sind keine kranken Ninjas, die einfach mal Ne Unsichtbar sind Obwohl die mich auch nicht wirklich gestört haben Oh, sogar schon getötet Wahnsinn Huch Wollte ich eigentlich gar nicht Wollte mich noch heilen Nächste Runde, aber gut Ja, sollte man alle drei Ständchen haben Sollte kein Problem sein Ja, fast 100.000 Punkte Oh, gib mir die Chili-Schote Ja, dreimal Frost Chili Damit können wir uns dann glaube ich Diesen Kuchen backen Den verbessern Und 50% Wut Chili Bin mir aber ganz nicht ganz so sicher Müsste man später nochmal nachgucken Aber jetzt können wir erstmal die Rezepte holen Gib mir diese Werkzeug-Schmiede da Gib sie mir Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Meine, 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 meine Uh, eine Schweinepuppe Ein dunkles Buch Eine Schweinepuppe Krass Wie verschrotten für Nee, anfertigen für du Trottel Ein dunkles Buch für meinen Magier Erhöht die Angriffskraft Dies ist die Herstellungskosten Nicht, äh Verschrotten Oh, jetzt steht auch Herstellungskosten da Komisch Und ein Sternenbanner Äh Lohnt sich gar nicht, den zu zaubern Ich kaufe es trotzdem mal Ähm Basteln wir mal ganz kurz den Schild für sie Für die, fürs Fräulein Denn Die zwei Angriff von meinem Roten Da muss ich ja vor allem alle drei Sterne haben Und das ist ja relativ Nee, nicht so leicht Ja, die Frage ist immer noch Kaufe ich mir jetzt verlappt Noch mal ein paar Goldmünzen Um den Ambus und so weiter zu verbessern Oder nicht I don't know Alter, wie krass das so bitteschön Was hatten sie eigentlich jetzige Hat die mehr Angriff oder mehr Defense Können wir gleich mal nachschauen Nee, nicht die Angriffswaffe Die hat Vitalität, also mehr Läden dazu Und hier hat sie halt so einen, ne Einen Treller an der Harfe bekommen Schlafenszeit 5% Ja, 5% Chance, dass die Vereine Runde zu Täuben Und ja, das hier müsste sie austauschen Mal Vitalität runter Was kriegen wir hier? Bisschen mehr Damage war noch drauf, ne Ja, mehr Damage, okay Hm, ob das so viel besser ist? Versuchen wir es einfach mal Ah, zwei Steinchen 235 Schauen wir mal den wahren Wert an Von 235 auf 236? Achso, ich glaube, ich habe das Nee, hä? Sicher verwirrt 39 runter Ich bin verwirrt Aber ist doch egal, wir haben jetzt so einen schönen Schweinepuppe bekommen Ähm, auf jeden Fall, ich habe total Lust, diesen Amboss aufzubasteln Äh, hier, Schmiede Aber ich weiß halt nicht, wie hoch die Chance ist, einen Stern zu würfeln Würde für mindestens einen Stern, wenn es hier normale Würfeln 0123 sind Dann eigentlich dürfte es nicht allzu schwer sein, einen Stern zu würfeln Aber ich weiß ja nicht, wie das System ja so reagiert Ob das so riecht, dass ich ein bisschen mehr Geld habe Naja Irgendwann werde ich es auf jeden Fall mal machen Aber derzeit noch nicht Ich glaube, das werde ich so lange sagen, bis ich am Ende des Games angekommen bin Und dann so Huch, ich wollte da noch was machen Ich bin schon eigentlich interessiert, was das so kann Aber ich würde sagen Oh, das ist ein Boss Oh, das ist ein Klassen Ich glaube, ich muss ja so oder so lang, oder? Kann das sein? Hier würde ich ja dann hier lang kommen Ne, oder? Wurde ich dann da lang kommen? Ich glaube nicht Ich glaube, es würde hier so lang laufen Hier oben lang, dann hier runter, dann hier lang So, zack Und dann hier rüber bei den Steinen Und der Stein würde wahrscheinlich wieder so eine Quelle sein, wa? Ja, war klar Dann geht es hier rüber und dann wahrscheinlich da oben lang Aber ich weiß es noch nicht ganz Werden wir auf jeden Fall Was haben wir hier? Noch ein neues Verlies, habe ich das Gefühl Ähm, lasst uns überraschen Nächste Runde, den Typen will ich auf jeden Fall besiegen Und wir sind zusammen Nächstes Mal wieder bei Angry Birds Epic Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dann Ciao, ciao